The Division 2 legt einen ganz besonderen Fokus auf das Endgame. Damit dem Koop-Shooter nicht wie seinem Vorgänger zum Release zu früh die Puste ausgeht, führt Entwickler Massive Entertainment nach der Kampagne mit dem Black Tusk eine neue Fraktion ein, die mal eben ganz Washington DC erobert. Damit ihr eine Chance gegen die Robohunde und Supersoldaten habt, schaltet ihr im Endgame die Spezialisierungen frei. Aber welche Spezialisierung ist die beste? Das lässt sich natürlich nicht so leicht sagen, denn die Antwort hängt von eurem Spielstil ab. Wir können euch aber schon verraten, welcher Spezialist am besten zu euch passt, denn wir haben uns die Skillbäume der Spezialisten ganz genau angeschaut. Habt ihr Level 30 erreicht, stehen euch drei Klassen zur Auswahl. Der Überlebensspezialist, der Zerstörungsexperte und der Scharfschütze. Die unterscheiden sich nicht nur in ihrer Signaturwaffe, sondern auch in ihrer Rolle. Damit das klarer wird, springen wir direkt zum Überlebensspezialisten und nehmen seinen Skillbaum genauer unter die Lupe. Der Überlebensspezialist besitzt als Signaturwaffe eine Armbrust, mit der er Sprengpfeile verschießt. Gleichzeitig übernimmt er die Rolle des Supports, was mit seinem einzigartigen Skill zusammenhängt, der Mender-Suchmine. Die ist eine Version der normalen Suchmine, explodiert aber nicht, wenn sie auf Gegner trifft. Stattdessen folgt sie Verbündeten und repariert deren Rüstung. Mit einer weiteren exklusiven Mod erhöht ihr die Heilung der rollenden Kugel. Der Überlebensspezialist kann mit seinen Rüstungspacks außerdem Gruppenmitglieder in einem 10 Meter Radius heilen und mit einer weiteren Fähigkeit die Heilung anderer Spieler sogar um 15% erhöhen. Zu den einzigartigen Waffen des Überlebensspezialisten gehört neben der Armbrust eine Desert Eagle sowie eine Brandgranate, die Gegner in Flammen hüllt. Das harmoniert wiederum gut mit einer weiteren seiner Fähigkeiten. Stirbt ein Gegner, während er unter einem Statuseffekt leidet, lässt er eventuell Munition für die Armbrust fallen. Das ist auch sehr wichtig, denn allgemein ist die Munition für die Signaturwaffen sehr begrenzt. Damit das aber auch noch einmal ganz klar wird, die Signaturwaffe ist eine Zusatzwaffe im Arsenal jedes Spezialisten, ihr müsst sie also nicht gegen eine eurer Standardwaffen eintauschen. Bevor wir mit dem Überlebensspezialisten durch sind, sollte noch ein wichtiger Buff erwähnt werden, mit dem alle anderen Gruppenmitglieder 10% mehr Schaden an Gegnern mit Statuseffekten ausrichten. Und das ist auch dringend nötig, denn die Black Tusks, die hier beispielsweise gerade mit einem Hubschrauber abgesetzt werden, sind im Endgame nicht die einzigen Gegner. Auch die Hyenas, Outcasts und True Suns kehren zurück und bekriegen sich auf den Straßen. Dadurch wirkt die Welt recht dynamisch und vermittelt eine bedrohliche, jeder ist sich selbst der nächste Atmosphäre. Bei so viel Gegenwehr sollten wir uns gleich mal den zweiten Spezialisten anschauen, den Zerstörungsexperten. Der setzt auf große Explosionen und brachiale Angriffe. Seine Signaturwaffe ist ein Granatwerfer, mit dem er problemlos Gegner hinter Deckung wegsprengt und gegnerische Rüstung zerstört. Generell dreht sich bei ihm alles um Explosionen. Er schaltet eine Splittergranate frei und bekommt Munition für seine Signaturwaffe zurück, wenn er Gegner mit einem großen Knall ausschaltet. Das Lieblingsgadget des Zerstörungsexperten ist der Geschützturm, den er in ein Artilleriegeschütz umwandeln kann. Mit weiteren Mods erhöht er dessen Schaden und Munitionskapazität. Der Zerstörungsexperte schaltet außerdem als einziger den Dizeros Special frei, einen mächtigen Revolver. Er ist damit also so etwas wie der Assault der Gruppe. Er geht voran und jagt alles in die Luft, was nicht bei drei auf dem Baum hockt, wird dabei vom Überlebensspezialisten geheilt und vom Scharfschützen gedenkt. Apropos Scharfschütze. Der ist die dritte Spezialisierung und kommt, überraschenderweise, mit einem Scharfschützengewehr daher. Damit wirkt er etwas langweiliger als seine Kollegen, da man normale Scharfschützengewehre auch bereits ohne Spezialisierung findet. Dennoch ist er eine praktische Ergänzung fürs Team. Mit seiner Blendgranate benebelt er Gegner, die dann leichte Beute für die restliche Gruppe oder ihn selbst sind. Jedes Gruppenmitglied, das näher an einem Gegner ist als er selbst, teilt außerdem 10% mehr Kopfschussschaden aus. Am meisten nützt er seinem Team aber wohl mit seiner Aufklärungsdrohne. Die schwirrt herum und markiert Gegner für alle Spieler in der Gruppe. Der Scharfschütze kassiert außerdem dicke Boni, wenn er in Deckung ist. Dann regeneriert er nämlich Munition und erhält zusätzliche Rüstung. Und natürlich bekommt auch er noch eine exklusive Zweitwaffe. Bei der Sharpshooter 93A handelt es sich um eine Pistole mit Dreischussburst. Ihr seht also, die Spezialisierungen ergänzen sich gegenseitig mit ihren Fähigkeiten und Skills. Ihr solltet also von jeder Spezialisierung eine im Team haben. Welche für euch dabei die beste ist, entscheidet ihr. Bleibt ihr gerne weit weg vom Gegner, wählt den Scharfschützen. Haut ihr lieber an vorderster Front ordentlich drauf, ist der Zerstörungsexperte die bessere Wahl. Und der Überlebensspezialist platziert sich in der Mitte, denn er kann an der Front mit seinen Heilkräften helfen, aber auch mit der Armbrust aus größerer Distanz gut mitkämpfen. Wenn euch die unterschiedlichen Klassen aber relativ schnurrt sind und ihr einfach nur eure liebsten Waffentypen stärken wollt, haben wir auch dafür noch einen Tipp für euch. Der Überlebensexperte stärkt mit seinen Fähigkeiten Schrotflinten und Sturmgewehre um 15%, der Zerstörungsspezialist Maschinenpistolen und LMGs und der Scharfschützer erhöht den Schaden für Gewehre. Ihr könnt übrigens jederzeit eure Spezialisierung ohne Strafe wechseln, der Fortschritt bei der alten Spezialisierung bleibt erhalten. Probiert also ruhig etwas aus, bis ihr wisst, was euch gefällt. Mit den kostenlosen Updates und DLCs werden nach Release auch noch weitere Spezialisierungen auftauchen, konkrete Infos stehen dazu allerdings noch aus.